Ein fremder Mann spricht mich aus dem Busch an. Da gehe ich hin! Super richtig! ManBearPig! ManBearPig! Ich weiß, dass du Angst hast, aber ich brauche Hilfe! Geh diese und sie in die Location, die auf der ManBear-Map. Und jetzt werde ich dich mein Freund auf Facebook machen. Das ist sehr prestig. Du hast jetzt meine E-Mail, aber nicht zu niemandem. Ich bin super ethereal! Wir müssen wissen, ob ManBearPig hier ist oder nicht! Ich bin echt ernte! Oh man, der Typ ist echt ernte. Ah, da kommen wir auch noch nicht ran. Oh, oh, oh! Hallo mein junger Freund! Hier spricht Al Gore! Das bin ich! In dem großen Profil bin! Ich rede gerade mit dir! Cool! Wenn du einen Freund referierst, Jimbo wird den Wartungsperiode für Handguns wagen! Juh! Jo! Ah, da fällt mir gerade noch was ein zu Schweinebär-Mann, ne? Oh, Moment! Ein Kaffee, der mit Ingredienern vermittelt wird von lokalen, organischen Verhandlungen. Es ist lokalen Kaffee, vermittelt lokal. Tweek! Tweek! Hast du die frischen lokalen Ingrediener abgenommen? Ich habe das nicht gemacht! Ich versuche noch alle meine Rechte! Hör auf, son! Das Familie-Business ist auf dich! Ah! Ah! Ähm... Da fehlt mir gerade noch ein, was ich sagen muss. Zu Schweinebär-Mann. Man versucht wirklich gerade die DNA von Schweinen und Menschen zu kreuzen. Also... Wie habe ich gerade gefurzt? Ich kann doch furzen! Könntest du das außerhalb machen? Oh, ich muss... Jetzt habe ich etwas Neues gelernt, ich kann doch furzen. Some coffee might clear that up. Hm... Das ist wie unser dark-Röst. Dark-Röst... Rüstung... Ähm... Wo war ich? Ah ja, auf jeden Fall, ähm... Vielleicht gibt es bald wirklich Schweinebär-Mann. Hallo, da! Wenn du einen Tweek suchen möchtest, ist er im Hintergrund. Unattended! Unattended! Like a pristine Meadow, known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's fresh! Like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. Oh! Oh, so... Das ist ein Verkaufsargument. Uh! Tempotank ultra haue ich mal mal. Direkt zweimal. That purchase qualifies you to be a friend of Tweek Coffee online. As a friend of Tweeks, you receive fresh homegrown e-mails. Then we'll sell your information to local spammers. Sure, we could sell it to one of the big national spammers, but... I guess we just care a little more. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Sure. Sure. Stay out of the lost forest. Sure it's got treasure, but they say there's no way out. You know, here at Tweek Brothers, we believe in using homegrown labor. That's why our son toils in the back all day. Sure we can hire workers, but I guess we just care a little more. I can't buy that. I don't know. I don't know. The dark rosting. I thought I could buy that. This is for the... This is for the... Gothic people for later. Ah! I can't get a lot of them away. Ah! Hello Tweek. What's this? Huh? Now? The guy's TV now? There's no way, man. There's way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait. You! Could you go get the four o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please! Would you? It's at Kenny's house. Like always. You give them this, they'll give you the delivery. Okay, okay, okay. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Starbucks has like eight employees. Here it's just me! Ah! Hey... You're obviously the best type! Hey... Yeah... Can't I not. Yeah... I'm really like this individual. That's okay... Show... fitted... Oh, no remont. Ich gebe dir einen guten Preis. Das klingt so falsch. Oh, den Emo-Poket muss ich kaufen. Ja, die Chaos-Höhle. Oh nein. Nein, 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 ich kann das auch verheißen. Was ist das? Oh, den Emo-Poket. Du musst mich verheißen. Ha, 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 ha. Dieser verdammte Dr. Chaos, dieser Wahnsinnige. Batters, dieser Wahnsinnige. Er hat das wirklich getan. Warte mal. Batters, ist dir mal aufgefallen, dass du dieselbe Stimme, also so eine ähnliche Stimme wie Dr. Chaos hast? Hat dir das noch nie einer erzählt? Merkwürdig. Ziemlich merkwürdig. Ich gehöre zur Klasse der Heiler. Du kannst das nicht einfach zu schmieden, Herr Carmen. Kämpfe dich dagegen an. Token, du bist der Quoren-Schmied. Ich schaue dich nur an und denke, Schmied. Verstehst du? Keine Ahnung warum. Oh, man. Morning to the Touch. Hey! Kein Grund, dass er seine schlafen, schlafen, schlafen. Hast recht. Tut mir leid. Duggee spoke of you and says you'd make a worthy ally. Well, we must have stumbled upon the secret and cool layer of a super evil, super cool, super genius. Spokenon. erwischt ist mir noch irgendwas aufgefallen in der reisung ob der objekte muss schon sagen generell verwirrung sieht ein bisschen aus wie ducky da ist es nur zufällig ich kann ja nicht so wie der freund hat das ist ein zufall das ist bloßer zufällig machst du gut hier komme ich weg da können wir nicht hin ok da kommen wir noch nicht rein was ist denn mit dieser stadt los oh man i remember getting beat up right over here ich verstehe nicht verprügelt oh kommen wir zu den schwulen kommen wir zu den schwulen yay mr slave hey kid can you help me there was a mix up at the post office and they accidentally gave me a package for miss cartman any chance you can go to the post office and pick up mine while i drop this one by her house ok klar ok 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 sorry halte jetzt schlage ich kleine kinder nicht abartiger aber es macht spaß Nein, ist er voll in die Fresse. Kanonen, das waren aber nicht so abgemacht. Oh, das ist viel zu viel Brutalität, aber egal. Alter. Jo, aber mein kleines Kind erdeutscht. Ich bin Pirat King! Pirat King! Okay, das bist du. Ja, für Nasenopäe ist das brauchen. Das brauchen wir wirklich. Mysterion! Und super Bösewichte, wie Dr. Chaos, den du verblüffend ähnlich siehst. Aber ich komme, dass du es bist. Ja, ich bin bereit für Liebe. Ja, bereit für Liebe. Weiter. Okay, dann kommen wir mit diesem Hammer der Rechtigkeit. Und so. Das ist ein Hammer der Böse. Aber ich bin auf dem Ballen. Oh, ich bin entschuldigt. Du darfst nicht entschuldigen für sowas. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Sorry, habe ich nicht kurz aufgepasst. Oh, keine Halt trinken mehr. Dein größter Oktram. Du kannst hier aufhören, ob du ein Fetus bist. Hi, hast du jemanden gegründet? Ja, Cartmans Mutter. Das tut mir echt leid. Vielleicht auch dich. Ich geh da mal rein. So, du bist schwanger. Weg, weg, weg. Die sind auch überall, diese Elfen. Ja, ja. Okay, das ist ein Sticker. Put all das Geld in ein Bagger und ich will fucking kill each and everywhere. Oh, hey, 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 Benny. How's it going? Just showing the new kid around. Hi, Butters. Good to see you too, Butters. Thanks for checking in. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Ja, also, ich meine, ich bin, ich weiß nicht, ich bin neun. Ich sollte schon über Bankinvestments nachdenken. Ich glaube, der Typ ist vertrauenswürdig. Mach ich mal. Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements and it's got. Can you keep a secret? Neither can I. Oh, hey, 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 hey. Ich, ich amarte, ich bin Papa. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ja. A smart choice, kid. First thing we'll do is take that money and invest in a Colorado tax-free municipal bond fund und dann den Dividend an meinem Freund bei Goldman Sachs, der es an seinem Freund bei JP Morgan geben wird, der eine Libor-adjusted Cross-Currency-Obligation hat und es ist gut! Ops! On Facebook! Okay! Du auch, scheißlich! Suckers, wenn Menschen hässlich sind! Oh mein Gott! Oh, hallo! Sind Sie interessiert in Rhinoplasty? Hier ist ein Bücher mit allen von Dr. Toms Rates. Kopf der Po ist da. Ich bin nicht so großartig. Ich bin nicht so großartig. Ich bin nicht so großartig. Und als ob ich diese Chirpchen mache, Verrückt, der verwöhnten Hure. Das ist heiß! Hab ich schon? Ach du Scheiße, kann man sich nicht wiederholen? Ach du Scheiße. Oh Gott! Oh, ich meine... Let me show you our brochure. This is Zipi Zira. Okay. Okay. Ah! The noise. I'll come back if you ever need any more work done. See, I wish I could get some Rano Plesky, too. Back again, I see. Let me show you our brochure. Stop staring at me. It's creepy. I always see these strange emo children smoking next to the school. Ekelhaft. Was wird unserem Helden in der Poststelle alles erwarten? Wird der Mr. Sales Paket abholen können? Und wird ihm seine Nasen-OP zukünftig vor Pollen schützen? Das alles und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht. Oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Ein 수도ik. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020